Hallo, ich bin der Jürgen, ich bin seit 8,5 Jahren hier bei der Halle Zeug. Ich gehe nach wie vor, sehr gerne in mir arbeiten, weil es bei uns nie langweilig wird und die Arbeit immer abwechslungsreich ist. Ich gehe nach wie vor, sehr gerne in mir arbeiten, weil es bei uns nie langweilig ist. Ich gehe nach wie vor, sehr gerne in mir arbeiten.